Ja, Hallihallo, nächster Trailer angesagt, 30.03.2023. Tja, auch das sind sicherlich keine guten Nachrichten. Noch mehr deutsche Milliarden für Kiew. Aber nicht nur darum geht es, aber wir haben ja, das ist ganz wichtig, letzten Endes ist das ja auch in Ordnung, denn wir haben ja wirklich im Bund keine Armut. Ja, aber gut, lassen wir es mal dabei bewenden. Mehr ist dann anzuschauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Tschüss.